Ich lade euch mit mir nochmal Petrusbrief aufzuschlagen im Kapitel 4. Ich lese euch noch einmal Verse 7 bis 11 vor als Ganzes. Das ist der Abschnitt, den wir uns als Ganzes anschauen. Natürlich heute beschäftigen wir uns mit Vers 7. Ich will ganz bewusst den ganzen Abschnitt nochmal lesen. Fokus wird auf Vers 7 liegen. Aber wir werden einige Bibelstellen anschauen. Wir werden einigen Dingen hinterhergehen und das wird uns auch einige Zeit kosten. Ich will euch an dieser Stelle schon zu bitten, nicht allzu verwundert zu sein, wenn wir ein bisschen weiter vom Petrusbrief uns geografisch entfernen. Es wird notwendig sein, um diese Aussage tief zu verstehen. Nicht, dass es andere Stellen nicht auch darüber reden. Aber wir sind jetzt gerade im Petrusbrief und wollen darüber nachdenken, was Petrus meint, als er sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was meint er damit? Und da müssen wir uns einfach ein bisschen in der Schrift auskennen und vorne und hinten lesen, den Kontext beachten. Und ihr werdet vielleicht das Gefühl haben, dass wir eins ums andere Mal ein bisschen weg vom Petrusbrief sind. Aber sind wir nicht. Sondern wir verschaffen uns einen Überblick und einen Einblick in die Schrift, was er damit meint, als er das schreibt. Lass uns lesen. Vers 7 bis 11 im vierten Kapitel. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Muren, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient der Miteinander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so diene er als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist eine Sinneinheit, ein Abschnitt. Es geht hier um die letzten Dinge. Petrus redet von Dingen und zu einem redet er von dem Ende aller Dinge. Dann sagt er, was wir am Ende von diesen Dingen, weil das Ende aller Dinge kommt, was wir in dieser Zeit tun müssen, worauf wir Acht geben müssen. Und er sagt, was wir vor allen Dingen tun sollten. Und dann spricht er darüber, was ist das Ziel von allen Dingen. In diesen drei Abschnitten oder mit diesen drei Themen behandeln wir diesen Abschnitt. Also das Ende aller Dinge, vor allen Dingen und dann das Ziel aller Dinge. Und jetzt heute gehen wir einen Schritt weiter. Und ich habe euch versucht, in der letzten Bibelstunde da in diese Thematik reinzunehmen. Ausgehend von Vers 7 mit der Beschäftigung von allen Dingen. Das heißt, wir reden hier von den letzten Dingen. Wir reden von der Eschatologie. Wir reden von der Endzeit. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und die Zeit, bis Jesus kommt, würde nicht reichen. Bis wir alles gründlich dadurch gearbeitet haben. Aber das erlaube ich mir nicht. Sondern ich gebe ein paar wichtige Stellen. Ich gehe ein paar wichtigen Gedanken nach. Ich gehe mit euch ein paar wichtigen Themen nach. Nicht alles und nicht alles im Detail. Das würde wirklich den Rahmen sprengen. Aber ich will auch von meinem Gewissen ruhig sein, vor Gott zu sagen, ich habe es Ihnen gesagt. Und wenn, dass ich dann sagen kann, doch, das Wichtigste und das Zentrale, darüber haben wir geredet. Darüber haben wir nachgedacht. Und das kommt dann nicht über mich. Dass ich den ganzen Ratschluss eben über euch oder für euch weitergegeben habe und mit euch darüber nachgedacht habe. Also das ist der Ausgangspunkt. Mein Anliegen bei all dem, was ich sage und was ich letztes Mal auch versuche zu sagen. Ich hoffe, ihr wisst das von mir. Und ich habe den Eindruck, dass man das letzte Mal vielleicht falsch verstanden hat. Ich bin kein Freund von Rechnereien. Also ich bin keiner, der sich hinsetzt und jetzt ausrechnet, wann an welchem Tag kommt Jesus. Weil ich weiß, das kann man nicht. Jesus hat selbst gesagt, dass es unmöglich ist, dass von dem letzten Tag und von dieser Stunde niemand wissen kann. Und wenn Jesus das so sagt, wer bin ich, dass ich mir anmaße, es aber ausrechnen zu können. Und das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist jetzt nicht eine Rechenstudie und zu sagen, jetzt so noch fünf Tage oder noch hundert oder noch tausend. Das ist nicht mein Anliegen, überhaupt nicht. Also ich weiß um die, oder andersrum, wenn ich, mein Anliegen ist Wachsamkeit. Mein Anliegen ist eine Bereitschaft zu wecken, eine Hoffnung und eine Ermutigung zu sagen, es lohnt sich. Und warum? Weil Jesus ist wirklich nah und davon bin ich überzeugt. Jesus ist nah. Und ich habe euch einfach nur anhand meiner persönlichen Beobachtung, dass ich glaube, dass Gott Heilsgeschichte mit der Menschheit im Rahmen von circa 2000 Jahren schreibt. Das glaube ich nach wie vor, dass, damit meinte ich nicht, man kann genau einen Tag, ersten Tag festlegen und wenn 2000 Jahre rum den nächsten Tag festlegen. Das ist damit nicht gemeint. Es gibt einen Spielraum innerhalb dieser 2000 Jahren. Und mir ist absolut bewusst, dass die heutige Zeitrechnung, christliche Zeitrechnung nicht genau ist. Wir haben da, es gibt Differenzen zwischen jüdischer Zeitrechnung, zwischen christlicher Zeitrechnung selbst. Da gibt es Differenzen unter Christen und das ist mir absolut bewusst. Und das ist auch ein Schutz, auch für uns, dass wir nicht rechnen. Weil die Gefahr liegt darin, wenn wir rechnen könnten und sagen könnten, Jesus kommt an dem 25. Mai 2021, nehmen wir mal an. Das birgt viele Gefahren für uns. Das Leben würde nicht mehr das gleiche sein, wie wir. Wir würden viele Dinge nicht mehr tun, die wir aber tun müssen noch in dieser Welt. Es gibt Gefahren auf beiden Seiten. Und Jesus hat bewusst uns, sagt uns den Tag nicht. Und ich glaube nicht ohne Grund, dass Gott in seiner Weisheit es so gemacht hat, dass wir keine genaue Datierung der Zeit haben. Dabei will ich belassen. Ich kenne die Bücher, ich habe in diesen Wochen noch mal mich reingelesen, über Rechnungen und Tabellen und Doktoren, Professoren und Physiker, die sich mit der Zeitrechnung beschäftigt haben. Und von daher kann ich erst für mich selbst ruhig sein, wo ich sage, die Heilsgeschichte spielt im Groben innerhalb von tausend von Jahren, von zweitausend Jahren. Und nicht noch mal plus tausend, noch mal tausend, sondern wir bewegen uns innerhalb der Zeiträume, in denen Gott schon immer mit Menschen heilsgeschichtlich gehandelt hat. Und darum bin ich davon überzeugt, persönlich, aus meinen persönlichen Beobachtungen, dass wir ziemlich nah an der Wiederkunft Jesu sind. Aber das ist meine persönliche Beobachtung. Meine Überzeugung aber gründet sich nicht auf diesen persönlichen Beobachtungen, sondern auf meinem Studium der Schrift und der Stellen, die ich mit euch jetzt durcharbeiten möchte. Das ist die Grundlage für meine Überzeugung, dass Jesus jederzeit kommen kann. Ich habe es euch schon gesagt, weil ich glaube, dass das, was vorher passieren muss, schon passiert ist. Und das, was noch passieren muss, jederzeit passieren kann, sodass Jesus jederzeit kommen kann. So, das ist meine persönliche Überzeugung und meine Erkenntnis des Studiums der Schrift. Und ich weiß, deswegen habe ich so gebetet und ich weiß, es haben sich schon viele Männer daran versucht, dieses Thema zu studieren und zu forschen und zu predigen, zu lehren. Und ich weiß, wie schnell man daran scheitert und wie groß da die Gefahr einer Abweichung. Und mir ist das der Sinn bloß. Und ich habe die Tage, dass immer wieder von dem Herrn in Gebet gebracht, dass doch der durch seinen Geist uns an der Wahrheit, eng an der Wahrheit leidet und eng an der Wahrheit führt. Und in dieser Abhängigkeit möchte ich mit diesem Thema darüber reden. Ich bin davon überzeugt, aber damit heißt es nicht, dass ich unfehlbar bin. Ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen, wenn ich euch das sage. Wenn ich nicht überzeugt würde, würde ich nicht reden und würde ich nicht predigen. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass ich alle Erkenntnisse habe und alles bedacht habe. Und in dieser Spannung lehre ich. Mit meinem Licht will ich euch nicht blenden, aber hoffe, dass es euch trotzdem heller wird. In eurem Verständnis. Und mit diesem Anliegen möchte ich über diese Dinge reden. Darf ich mich bitten, wieder bei mir kurz das Licht anzumachen? Meine Augen machen. Jawohl, das ist gut. Das ist gut. Auch wenn ich das jetzt gerade gesagt habe, dass wir keine Rechnerei und dass wir Tag und Stunde nicht wissen können, gehe ich aber jetzt nochmal zurück und sage, das bedeutet aber nicht, dass die Schrift uns nicht Dinge offenbart hat, damit wir wissen, wann Jesus kommt. Und das klingt vielleicht erstmal paradox, aber das ist es nicht. Sondern die Schrift sagt, von den Tag und Stunde wisst ihr nicht. Aber zugleich sagt Jesus, passt auf, wacht, betet und schaut, guckt euch die Zeichen an. Und die Schrift gibt uns einiges darüber und Jesus lehrt uns einiges, wo er sagt, achtet darauf, achtet darauf, achtet darauf, achtet darauf. Und wenn das passiert, ich bin dann nahe vor der Tür. Und das ist mein Anliegen. So, was sagt die Schrift, was hat Jesus uns aber gezeigt und was hat er gesagt? Worauf müssen wir achten? Dass wir auf Zeitpunkte achten. Darf ich euch noch ein Beispiel geben? Geht mal mit Thessalonicher, Kapitel 5. 1. Thessalonicher. Wir werden 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, vor allem Kapitel 4 und Kapitel 2 dann intensiv anschauen. Da ist die Rede vom Antichristen, all diese Dinge. Und spätestens hier habe ich wahrscheinlich eure Aufmerksamkeit. Und da werden wir uns über diese Dinge unterhalten. Aber schaut mal, was Paulus in 1. Thessalonicher 4 schreibt. Ne, 5, Entschuldigung. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Er schreibt, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Also, über die Zeitpunkte und Zeiten, das ist nicht nötig, dass euch jemand noch sagt, wie ihr damit umgeht. Man kann es nicht berechnen. Niemand weiß es. Aber jetzt schaut mal, was er sagt. Vers 2. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, dieser Tag wird alle überraschen. Und ein Dieb sagt nicht, ich komme dann und dann um diese Uhrzeit an diesem Tag. Das macht er nicht. Sondern er hält es geheim. Und dann kommt er dann, nämlich, wenn die anderen gerade nicht wachen. Wenn die anderen nicht wissen. Und dieser Tag kommt so in dieser Weise. Überraschend, plötzlich. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Vers 3. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Auf der einen Seite sagt er, über die Zeitpunkte lassen, brauchen wir nicht debattieren, diskutieren. Das ist klar. Habe ich euch schon gesagt. Zweitens aber, dieser Tag kommt plötzlich. Wir wissen nicht wann, aber er kommt. Wie ein Dieb. Und dann drittens. Aber, es wird so sein, dieser Tag kommt wann? Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Merkt ihr was? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir brauchen kein Datum festlegen. Aber wir können sagen, in was für einem Umfeld, in was für einem Weltzustand, in einem Menschenzustand, wie wird das sein, wenn Jesus kommt? Und interessanterweise sagt, dieser Tag kommt dann, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Richtig? Was erwartet ihr? Was muss vorher passieren? Friede und Sicherheit? Nein, da ist doch Katastrophe und Apokalypse und ein Riesendamm-Dram-Damm und Verfolgung und Tod und alles Mögliche. Interessanterweise sagt Paulus hier, wenn wir sagen, oh, alles ist ruhig, Frieden und Sicherheit, dann passiert es. Dann erwartet es niemand. Irgendwie passt das nicht so ganz. Darüber müssen wir nachdenken. Bevor wir uns das anschauen, möchte ich einfach auch damit sagen, mit dieser Stelle, dass wir auf der einen Seite ein Rechenverbot haben, auf der anderen Seite ein Gebot der Wachsamkeit. Und damit wir richtig, recht wachsam sein können, gibt uns die Schrift einiges an Informationen, wie es sein wird, wenn der Herr kommt. Und darauf müssen wir Acht geben. Das ist mein Anliegen. Darum geht es mir ganz bewusst. In den Evangelien hat Jesus genau das Gleiche getan. Ein neues Beispiel, Matthäus 24. Ich gebe euch zwei Beispiele. Wiederum ein Abschnitt, den wir uns intensiver zuwenden müssen. Ich werde euch schon im Vorfeld ein paar Sachen anlesen, in die wir in den kommenden Bibelstunden uns vertiefen werden. In Matthäus 24, ich lese Vers 36. Sagt er, von jedem Tag aber und jeder Stunde weiß niemand, auch nicht der Engel in dem Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. So, niemand weiß es. Weder Engel noch der Sohn. Kein Mensch, nur der Vater allein. Nur nebenbei, nicht, dass ihr schon gedanklich abschweift und darüber nachdenkt, wie kann es sein, dass der Sohn es nicht weiß. Der ist doch Gott. Das hat was damit mit der Selbstentäußerung. Als Jesus auf der Erde war, hat er alles abgelegt, obwohl er den Zugang zu allem hatte und war abhängig von Gott. Das heißt, in allen seinen Wirken, in all seinem Reden, in all seinem Denken, alles bekam er vom Vater. Obwohl er rein selber Zugriff hätte auf diese Allwissenheit. Aber er legte sie ab, für dich und für mich. Und als er natürlich aufgefahren ist im Himmel, dann war es nicht mehr notwendig. Dann war der Verherrlichte. Von daher wusste er die Zeitpunkte und kannte das alles und hat es in gewisser Weise dann Johannes auch sogar offenbart. Nur, dass ihr da gedanklich mir nicht abschweift und fragt, wie kann es sein, dass der Sohn es nicht weiß. Aber Jesus sagt erst mal, davon wissen wir nicht. Und dann sagt er, schaut mal, in Vers 32, kurz vorher. Von dem Feigenbaum lernt aber dieses Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Merkt ihr das? Wiederum beides. Tag und Stunde steht uns nicht zu. Aber wenn ihr bestimmte Dinge beobachtet, die ich euch sage, worauf ihr achten müsst, dann wisst, wenn das und das passiert, so sollt ihr dann auch wissen, ich stehe vor der Tür. Es ist nahe vor der Tür. Die Frage ist natürlich, was müssen wir beobachten? Was sind diese Zweige und Blätter? Was bedeutet das? Das Bild ist folgendes. Ich möchte euch das, jetzt ist eine gute Zeit. Der Winter ist da und wir hoffen auf den Sommer oder auf den Frühling. Richtig? Wir hoffen darauf. Und dann irgendwann mal wissen wir rein kalendarisch ungefähr. Wir haben zwar im Kalender einen Tag, Frühlingsanfang, mein Geburtstag, deswegen liebe ich, oder Sommeranfang. Aber es ist doch nicht so, dass am Frühlingsanfang alles weg, wir haben, auf einmal blüht alles oder Sommer und auf einmal Frucht ist da, sondern wir haben einen Übergang. Und es gibt bestimmte Kennzeichen. Ich kann mich erinnern, vor kurzem, wir sind gefahren, es war noch kalt und dazwischen kommt so ein bisschen die Sonne raus. Dann sehen wir die ersten Blätter oder grün an den Zweigen und dann sagen wir, oh, der Frühling kommt. Obwohl wir noch frieren, obwohl manchmal sogar noch geschneidert, aber wir wissen, der Frühling kommt, er ist noch nicht da. Es passiert nicht an einem Tag, bam, er ist da, sondern es ist ein Prozess. Und bestimmte Anzeichen sagen uns, geben mir Hoffnung, Willi, oh, bald kommt die Sonne raus, bald aus der Kälte, bald wieder auf der Terrasse sitzen dürfen, all diese Dinge. Diese Kleinigkeiten, unscheinbar und noch klein, geben mir aber Hoffnung, es dauert nicht mehr lange. Das ist das Prinzip, Jesus sagt, wenn ihr schon die Jahreszeiten so deuten könnt, so bitte ich euch, seid aufmerksam und so deutet mein Kommen. Jesus verbietet nicht, dass wir uns aufmerksam dem zuwenden und uns fragen, wann kommt er. Und er sagt, so wie man an der Natur das Kommen Jesu beobachten kann und spüren kann, es kommt, es kommt, es kommt näher, so könnt ihr auch über diese Dinge, von denen er redet, das ist, was ich mit euch studieren möchte, wenn diese Dinge da sind, dann wisst ihr, das ist kurz vor der Tür. In dieser Weise wollen wir über dieses Thema nachdenken. Nicht, dass ihr denkt, ich bin irgendwie zu einem Rechenpropheten geworden. Das sei ferne, wirklich, das sei ferne. Vielleicht bin ich letztes Mal etwas über das Ziel im Eifer geschossen, aber ich stehe dazu. Ich möchte in euch die Wiederkunft Jesu sehr wach werden lassen. Und darum spricht Jesus, und darum geht es, er spricht immer wieder und sagt, seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam. Seid gute Beobachter. Schlaft nicht. Guckt raus, macht die Augen auf, macht die Ohren auf. Lebt nicht so, wie in der Dunkelheit, in der Finsternis, bei Nacht, dass ihr nur schlaft und nichts mitbekommt, was passiert. Wacht auf, steht auf, geht hinaus und schaut und guckt zu und staunt. Guckt, beobachtet das, was ich tue. Beobachtet die Jahreszeiten der Heilsgeschichte Gottes, können wir so sagen. Ich möchte euch vielleicht anhand einer Stelle das zeigen. Alle Gleichnisse, die er bringt, ob über die Jungfrauen, ob über diesen Feigenbaum und Knechte und all diese Dinge, die haben alle eine Botschaft. Die haben alle die gleiche Botschaft. Am Ende wird er sagen, darum sage ich euch, wacht. Das ist die Botschaft. Nicht darum sage ich euch, ich rechnet. Darum sage ich euch, wacht. Denn ihr habt keine Ahnung, was passiert. Aber es ist gut, wenn ihr nicht arg überrascht seid, wenn es passiert. Wo ihr denkt, oh, schon passiert? Mensch, hab gedacht, das dauert noch eine Weile. So, dass ihr wachsam seid. In Lukas Kapitel 21, denke ich, fasst er das gut zusammen, das Anliegen Jesu über die Endzeit zu reden. Lukas 21. Schaut mal mit mir. Ich lese ab 29. Das sind ein paar Verse. Ich denke, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Nur nebenbei, manche versteifen sich so auf den Feigenbaum und denken, das hat was mit Israel zu tun. Dabei ist es nicht nur der Feigenbaum, sondern auch alle Bäume. Damit sagt Jesus, ob Feigenbaum oder nicht, spielt keine Rolle. Versteht das Prinzip. Guckt nicht nur den Feigenbaum an, guckt euch alle Bäume an. Und lernt daraus. Dann geht er weiter und sagt, Vers 30. Wenn sie schon ausgeschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. In anderen Worten, aber es gibt genau das Gleiche. Dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. So, er sagt, wenn ihr diese bestimmten Dinge, ich vertröste euch nicht, aber ich werde euch die zeigen. Wenn ihr diese Dinge passieren seht, dann könnt ihr sogar wissen, es gibt bestimmte Dinge, wenn wir aufmerksam sind. Und glaubt mir, die wird man nicht übersehen. Wenn man die sehen wird, dann ist klar, Jesus ist da. Diese Generation wird es definitiv erleben. Für mich so, sage ich ehrlich, das war meine erste Frage, welche Dinge sind es? Weil ich will wissen, welche Dinge muss ich erleben und wissen, Jesus wird es definitiv, das Kommen Jesu erleben. So, das war mein Studium, um herauszufinden, von was redet er. Und nun nebenbei, das ist nicht Staatsgründung Israels. Das sind andere Dinge. So, dann sagt er, Vers 34, jetzt. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werdet, durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hineinbricht. Merkt ihr das? Das ist mein Anliegen, nicht nur mein, das ist das Anliegen, was ich in Petrusbrief entnehme und darum das mit euch mache. Das war genau das gleiche Anliegen von Petrus. Jesus, die Zeit ist nah, das Ende aller Dinge, seid nüchtern und seid aufmerksam, seid wach und zum Gebet. Betet und seid wachsam. Das hat Petrus verstanden, das hat Petrus gelernt. Und Jesus sagt genau das gleiche, schaut mal. Er sagt, nicht beschweren lassen durch Völlerei. Was meint ihr damit? Es ist ein Bild, das man hier lebt, dass es nur darum geht, dass ich mich vollfresse. Dass ich hier im Wohlstand satt werde. Und es geht nicht nur um eine Speise, sondern um eine Lebenshaltung und ein Lebensprinzip. Und dann sagt er, uns steht zu, dass ich nicht Trinkgelage, wir haben mit Petrus darüber geredet, über diese Lebenshaltung. Hier gibt es eine Gesinnung der Welt. Ich lebe jetzt hier im Jetzt und ich befriedige alle meine Wünsche, alle meine Verlangen. Es geht hier, dass es mir gut geht, dass ich mein Steak kriege, dass ich mein, je nachdem welches Getränk, ich sage jetzt nichts. Und dann, mein Haus, mein Auto, meine Gesundheit, meine Kinder, meine Finanzen, meine Rente, mein, was weiß ich, Lebenssorgen. Jesus sagt, passt auf, dass es nicht das ist, was euch permanent einnimmt und ihr nur darauf schaut, sondern achtet darauf, nämlich, dass euer Herzen nicht beschwert sind, frei sind. Und wie? Schaut auf mich. Wartet, bis ich komme. Wartet auf mich. Guckt auf die Dinge. Guckt auf die Zeichen der Zeit. Und dann sagt er, Vers 36, wacht nun und betet zu aller Zeit. Das ist die Haltung. Das ist die Nahkunftserwartung. Und das ist eigentlich die Haltung der Gemeinde. Darf ich so sagen, das ist die Haltung derer, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und glaubt mir, nicht alle haben seine Erscheinung liebgewonnen. Meint ihr, fürchte ich einfach nur in die Hölle. Und fürchten aber genauso, in Jesus kommen. Die freuen sich nicht an der Erscheinung Jesu. Das ist nicht ihre erste Sehnsucht, die sie haben. Mag sein, vielleicht. Aber wie gesagt, der volle Bauch und das richtige Getränk und die Bewältigung der Sorgen. Das scheint doch vordergründig zu sein, als dass der Jesus bald kommt. Und darum, das ist die Ausrichtung. Und in dieser Haltung wollen wir darüber nachdenken. Und ganz ehrlich, diese Haltung gewünsche ich mir so sehr. Und dafür ereifere ich mich. Weil ich glaube, das hat Auswirkungen auf unseren Lebenswandel hier und Zeugensein in dieser Welt. Für was wir eigentlich berufen worden sind, warum Jesus uns noch nicht geholt hat. Eine Sache möchte ich euch noch an dieser Stelle sagen. Wir befinden uns nicht auf einem Gebet und wir reden nicht über Dinge, die keiner wissen kann. Ich weiß und ich verstehe, dass es ein Geheimnis ist. Und dieses Geheimnis muss offenbart werden. Und der gleiche Geist, der diese Dinge geschrieben hat, wisst ihr was? Der gleiche Geist ist uns verheißen, dass wir, wenn wir ihn bitten, er uns gibt. Und mit dieser Herzenshaltung müssen wir uns an dieses Thema weiterhin ranhalten. Das heißt, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, er wird euch alles lehren. Und was ich euch gesagt habe, er wird es euch erinnern. Und hier können wir es nicht nur auf die Inspiration der Apostel beschränken, es ist zu kurz. Genau das gleiche sagt er in Johannes 16, wenn der Geist der Wahrheit, oder ich fange schon vorher an, er sagt, ich habe noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Es ist kein Zeitpunkt, über diese Dinge nachzudenken. Ihr müsst erst das verarbeiten, was jetzt passiert. Aber ihr müsst noch weit darüber hinaus gehen. Und dann sagt er, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dann heißt es was? Er wird von in meinem Nehmen euch geben und euch das Kommende verkündigen. Da heißt es, sagt Jesus, er wird das Kommende verkündigen. Das heißt, wisst ihr, was wir machen? Auf die Knie und sagen, Jesus, gib uns deinen Geist der Weisste, Offenbarung, der Erkenntnis deiner selbst, dass wir das Kommende verstehen. Verkündige uns das Kommende. Lehre uns das Kommende. Und wenn wir bitten, ich bin davon überzeugt, er wird geben. Sondern er ist sehr treu. Wenn wir in seinem Namen bitten, wer das tut. Darf ich an dieser Stelle nochmal sagen, wenn wir aber reine Neugier, mit reiner Neugier, Jesus, ich würde so gerne das mal verstehen, aber gar nicht, dass wir ein Kommen gar nicht erwarten, da brauchen wir nicht erwarten, dass er uns gibt. Wenn wir wirklich aus ernstem, aus tiefem Verständnis, Sehnsucht, auf das Kommen Jesu, die Dinge richtig einzuordnen, dass wir die Zeichen der Zeit deuten können, ich bin mir sicher, er wird geben. Wir haben eine Verheißung, dass das Kommende uns durch den Geist verkündigt wird. Ist das gut? Und wisst ihr, was wir tun müssen? Beten. Darum seid wachsam und betet. Jetzt noch eine Sache. Also ich habe noch viele Sachen. Aber ich sage noch eine Sache und noch eine Sache. Es kommt immer noch was dazu. Es gibt eine herrliche Prophetie. Der gleiche Geist hat dem Daniel schon etwas verheißen. Das möchte ich euch noch zeigen. Geht mal in Daniel, Kapitel 9. Nein, Kapitel 12. 9 ist ein bisschen später. Daniel, Kapitel 12. Als Daniel mit seinen Visionen, die er bekommen hat, mit seinen prophetischen Schauen, endet das Buch Daniel 12 so. Wir werden Daniel 7 anschauen. Wir werden Daniel 9 uns beschäftigen. All diese Dinge müssen wir angucken. Schaut mal, was Kapitel 12, Vers 4 steht. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Versiegele das Buch, Daniel. Halt es geheim. Niemand soll es verstehen. Voll fies eigentlich, gell? Bis zur Zeit des Endes. Das ist der Zeitpunkt, wo das Buch Daniel mit all der Prophetie und mit all der Verheißung aufgemacht werden soll. Wann ist die Zeit des Endes? Es ist gekommen, das Ende aller Dinge. So, Daniel soll versiegeln bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Ich liebe diesen Vers. Weil es verheißt, dass am Ende der Zeit, wenn das Ende der Zeit gekommen ist, das Versiegelte nicht mehr versiegeln wird. Das Geheime nicht mehr geheim bleibt. Sondern man wird umherstreifen. Das heißt, man wird suchen. Man wird rumliegen und sagen, wo gibt es Erkenntnis? Wo gibt es Verständnis? Wer kann mir noch tiefer? Wer kann das? Und Gott wird es geben. Und das wird sich mehren und mehren. Und wir werden mehr und mehr und mehr das Geheimnis der Endzeit verstehen. Allein der Punkt, liebe Freunde, dass die Erkenntnis mehrt, sagt uns, dass wir am Ende der Zeit sind. Allein nur diese Tatsache. Aber das ist noch nicht alles. Und schaut mal, in Vers 9 wird das Gleiche noch einmal wiederholt. Und das schafft uns Bezug zum Petrus. Warum Petrus überzeugt war, dass wir am Ende aller Dinge sind. Vers 9. Und er sagte, geh hin, Daniel. Denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutet werden. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Gut? Voll gut. Er wiederholt es noch einmal und sagt, bis zu einem Zeitpunkt, bis zum Ende aller Dinge, bleibt das alles ein Geheimnis. Aber dann wird es sich mehren. Aber das bedeutet, nicht alle werden es verstehen. Sondern die Gottlosen, die werden es nach wie vor nicht verstehen. Die werden es nach wie vor nicht begreifen. Und die werden weiter nach wie vor gottlos handeln. Sie werden in ihren Begierden leben, wie Petrus das dargestellt hat. Aber für die, bei denen die Erkenntnis mehrt, wisst ihr, wer die sind? Wisst ihr, was Daniel sagt oder was in Daniel steht, was das Kennzeichen derer sind, deren Erkenntnis sich mehren wird? Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Und jetzt habt ihr den Kontext vom Petrusbrief vor Augen? Was haben wir seit Jahren über den Petrusbrief gelehrt? Dass die Gemeinde in und durch Leiden geläutert und gereinigt und vorbereitet wird auf das Erbe? Und diejenigen, die von Gott da geläutert werden und die diese Leiden hindurch, sie werden mehr und mehr erkennen und begreifen, Jesus ist bald da. Warum? Weil das Leiden und die Läuterung Vorbereitung für das Kommen ist. Jetzt verstehen wir vielleicht, warum Petrus, als er die Gemeinde gerade darüber unterrichtet hat, dass Leiden notwendig sind und in dieses Leiden so entfaltet hat. Und wenn er fertig mit dem Leiden ist, sagt er, also guckt mal, ich schaue mir an, ihr leidet ja alle gewaltig. Ihr werdet echt gut geprüft und geläutet. Dann ist ja das Ende. Na, begreift ihr das? Das ist, so versteht Petrus Prophetie, der Grund, wenn die Gemeinde in Läuterung, in Leiden sich befindet, dann hat es einen Grund. Jesus spalt da. Jesus steht vor der Tür. Und darum, nachdem er das Leiden entfaltet hat, sagt er, es ist nahe gekommen, es ist Ende aller Dinge. Und dann in Kapitel 4, wir werden es uns weiter noch anschauen, sagt er nochmal, das ist notwendig, das geschieht uns zur Prüfung. Das ist der Zusammenhang. Diese Dinge kommen hier zusammen. Das führt mich zu einem weiteren Punkt. Können Sie mir noch folgen? Okay, danke. Danke, das ist gut. Nur nicht einschlafen. Wir sind Kinder des Tags und des Lichts, wir müssen wachsam sein. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Es führt mich zum nächsten Punkt. Wir müssen etwas definieren, etwas klarstellen, damit wir dieses Ende aller Dinge, von dem Petrus spricht, damit wir das verstehen, was Daniel sagt, oder dem Daniel gesagt wird, dann das Buch Daniel oder die Prophetie und das, um was es da geht, wird bis zum Ende der Zeit versiegelt sein. Um Ende der Zeit wird es sich das Stück für Stück mehren. Von was für einer Zeit redet er? Was ist das? Um was geht es hier? Und ich möchte euch etwas kurz zeigen. Paul, darf ich dich bitten, die PowerPoint kurz anzumachen. Es geht darum, um das Verständnis von den letzten Tagen oder der letzte Zeit oder der Endzeit und von dem Verständnis vom letzten Tag. Okay, das startet schon. Okay, dann erkläre ich es euch gleich jetzt. Noch nicht weitermachen, okay? Einfach das kurz belassen. Ich danke dir. Noch nicht da hingucken. Guckt nochmal kurz zu mir. Ich danke dir. Ja, das ist gut. Ich zeige es euch gleich, was ich da möchte. Und folgendes. Wir müssen die zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Wenn die Bibel von, die redet von einem Zeitraum. Und dieser Zeitraum wird so beschrieben. Zeit des Endes. Am Ende der Zeit zum Beispiel. Wie bei Daniel. Oder die Bibel sagt dann, Ende dieser Tage. Am Ende dieser Tage. Ich lese es euch vor, okay? Das Bibelstunde. Wir sind da zum Blättern. Zumindest ich. Ihr habt das Vergnügen zuzuhören. Ein Hebräerbrief. Ich denke, es ist gut, wenn ich euch das kurz vorlese. Im Hebräerbrief Kapitel 1. Das sind die ersten Worte. Die sind sehr bekannt. So, hier. Hier bin ich. Hebräer Kapitel 1. Beginnt so. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Das heißt, Gott hat sich vielfältig offenbart. Durch das Alte Testament. Durch Propheten. Auf viele Art und Weise. Aber am Ende dieser Tage. Das heißt, es kam das Ende der Tage. Dann hat sich Gott offenbart im Sohn. Das ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Und der Höhepunkt der Offenbarung Gottes geschah am Ende dieser Tage. Welcher Tage? Ich zeige es euch gleich. Am Ende welcher Tage hat sich Gott angefangen, ihm Sohn so klar zu offenbaren? Nicht mal durch die Propheten. In Hebräer 9 wird dieser Zeitraum nochmal erwähnt. Hebräer 9. Vers 26. Ich lese mittendrin, weil der Satz da einfängt. Jetzt aber ist einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünden wegzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zu Sünde für uns, den zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Wahnsinn. Allein ohne unsere Gedanken ist das schon, ist schon, wie, herrlich. Ein herrlicher Vers. Aber um was geht es? Hier sagt der Hebräer Briefschrift, Jesus kam in der Vollendung der Zeitalter. Als die Vollendung der Zeitalter kam, kam Jesus und hat ein für alle Mal ein Opfer da gebracht. Und dann wird er noch einmal kommen und dann wird er für uns das ewige Leben schenken. Er spricht also, wann kam Jesus? In der Vollendung der Zeitalter. Ich möchte euch noch einen Hinweis geben, wie diese Zeit beschrieben wird. Geht mal im 1. Johannesbrief. Bisschen weiter blättern vom Hebräer Brief. Im 1. Johannes, ich bin gespannt, wie lange wir durch dieses Thema durcharbeiten werden, nicht gehen werden. Wenn es euch irgendwann mal zu viel wird, sagt es mir einfach, okay? Schreibt mir eine liebe WhatsApp und ich weiß Bescheid. 1. Johannes, Kapitel 2. Ich bin mir sicher, ihr habt das schon mal gehört. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18. Da heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde. Okay. Letzte Zeit, Vollendung der Zeitalter, am Ende der Tage. Und jetzt hören wir sogar nicht nur am Ende der Tage, sondern wir hören von der letzten Stunde. Jetzt ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, okay, da taucht es schon mal auf, so sind auch jetzt schon viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist, nicht sein wird. Wir leben in der letzten Stunde sogar schon. Nur nebenbei, wenn Johannes in der letzten Stunde gelebt hat, was glaubt ihr, wie viel Zeit uns übrig bleibt? In seiner Dimension von Zeit, was mit Sicherheit ein anderer ist wie unsere, leben wir in den letzten Minuten, ich sage sogar vielleicht Sekunden, ja, wenn wir von der Dimension mal ausgehen. Aber was damit, was meinen die damit? Natürlich steckt dahinter ein anderes Zeitverständnis, das wir kennen. Das ist mir absolut klar. Und dieses Zeitverständnis, das müsste bis dahin reichen, möchte ich euch gleich zeigen. Dann wird, redet die Bibel, und das werden wir jetzt nicht alles nachschlagen, damit meine Zeit in eurer Zeit bleibt, weil ich habe auch ein anderes Zeitgefühl und Zeitverständnis. Dann sagt die Bibel aber, wenn sie von dem Kommen Jesu redet, dann redet sie von dem dem Tag. Sie redet von Ankunft seiner Erscheinung. Sie redet von Tag des Herrn. Sie redet von jener Stunde und jedem Tag und jener Stunde. also die Bibel redet von Tagen, letzten Tagen, Ende der Zeit, letzte Stunde, letzte Minute sozusagen. Und dann redet sie von dem einen Tag, von dem einer Stunde. So, und jetzt sage ich euch, das Erste können wir wissen, nur das Letzte können wir nicht wissen. Und mit dem Ersten, letzte Tage, letzte Ende der Tage, all das, da sagt uns die Bibel, wann das ist. Aber wir können nur nicht eins wissen, wann ist der Tag und wann ist die Stunde. Ich weiß, dass man jemand sagen kann, Jesus hat nicht gesagt, wir wissen nicht das Jahr. Sondern er sagt, wir wissen Tag nicht, also können wir in Jahren rechnen. Nein, können wir auch nicht rechnen. Das ist nicht der Punkt. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz was. Paul, ich probiere es mal mit der Fernbedienung hier. Ja, es funktioniert. Ich danke dir. Also, ich möchte euch anhand von einem Schaubild, könnt ihr das einigermaßen sehen? Ja, vielleicht ganz kurz meine Erleuchtung weg. Und eure Erleuchtung kommt gleich. Ich versuche es aber zu erklären, dann werdet ihr sehen, um was es geht. Also, ich habe euch einen Kreis gemacht. Und dieser Kreis beschreibt das jetzige Zeitalter. Es ist sozusagen diese Erde, in der, als Gott diese Welt schuf, begann er und es begann der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag und so weiter und so fort. Da will ich jetzt nicht zu tief eingehen, sondern euch einfach sagen, wir haben eine diese Welt, eine jetzige Welt und diese Welt wird beschrieben, in der Bibel, mit dem jetzigen Zeitalter. So, und dann bricht in dieses Zeitalter, in dein und mein Zeitalter, in diese Welt, bricht Folgendes hinein, das Erlösungswerk Jesu Christi mit dem Ersten Kommen. Jesus kommt in diese Welt. Könnt ihr, wisst ihr, was in Galater 6 steht? Als die Zeit erfüllt war, spannende Frage, welche Zeit? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So, als Gott gesagt hat, jetzt ist die Zeit erfüllt. Gottes Zeitplan ist jetzt fertig. Jetzt kam der Tag und Jesus kam in diese Welt und starb für uns und fuhr in den Wolken des Himmels wieder und setzte sich zur Rechten Gottes. Richtig? Nichts Neues, aber wir glauben das und bekennen das. Hier mit diesem Kommen Jesu, mit dem Ersten Kommen, mit seiner Auferstehung und Sitzen zu Rechten Gottes, liebe Freunde, passierte Folgendes. In diese Zeit und in diese Zeitrechnung oder in dieses Zeitalter bracht das zukünftige Zeitalter hinein. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn ich das tue, was ich tue, dann könnt ihr erkennen, dass das Reich Gottes da ist. Denn der König ist da. Und wenn der König ist, da ist Herrschaft. Und das passiert Folgendes. Dann passiert Folgendes. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Dann bricht sozusagen in diese Zeit das Reich Gottes hinein. Und das ist das zukünftige Zeitalter. Das neue Zeitalter. Das Zeitalter der Gerechtigkeit, der Gnade, wo die Fülle Gottes ist, wo Frieden herrscht, wo Vergebung herrscht, wo Ewigkeit ist. Das beginnt mit dem Kommen Jesu, ersten Kommen Jesu. Aber jetzt ist Folgendes. Und jetzt ist wichtig. Wir merken, oder Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist da, aber wir merken, irgendwie passieren auch andere Dinge. Wir merken, wir hören von, jetzt haben wir schon Vergebung und dann merken wir, wir sind schon befreit von der Sünde, der Teufel ist besiegt und trotzdem erleben wir Dinge, wo wir sehen, Sünde ist da und der Teufel wirkt und dann denken wir, ja, ist es ja oder ist es nicht. Und das ist richtig, weil wir reden nämlich von schon jetzt und noch nicht. Und wir leben in dieser Dimension. Ich habe es euch ein bisschen schraffiert. Und zwar gibt es eine Überlappung. Und zwar eine Zwischenzeit. Wir leben in einer Zeit, wo beide die Zeitalter ineinander greifen. Wir leben in einer Zeit, in der wir noch zu dieser Welt gehören und zugleich zu der nächsten Welt gehören. Wir leben in einer Zeit, wo wir die Sünde, wo wir befreit von der Sünde, auf der anderen Seite, aber wo das Fleisch noch da ist, weil es zu der ersten Zeitalter gehört. Und wir leben in einer Zerrissenheit. Zwischen Himmel und Erde leben wir. In der Zwischenzeit. Es gibt ein schönes Lied dafür. Und das ist der immerwährende Kampf. Wir glauben, dass es vollbracht und trotzdem sehen wir es noch nicht. Warum? Weil wir in dieser Zwischenzeit leben, wo beide Realitäten ineinander greifen. Wenn es so bliebe, Katastrophe, gell? Aber wisst ihr was? Es bleibt nicht so. Und jetzt kommt das Herrliche. Wann hört das auf? Wann hört diese Zwischenzeit auf? Und die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt und das alte Zeitalter mit allem, was dazugehört, richten wird. Wenn Jesus kommt, dann richtet er die alte Schöpfung. Und dann hört das Alte auf und das Neue wird vollendet. Begonnen hat es nämlich schon. Das ist das Spannende. Eigentlich hat es ja schon begonnen. Aber es wird jetzt dann fertig. Wisst ihr warum? Weil alles, was braun ist, nicht mehr da sein wird. Und ihr versteht, warum ich die braune Farbe genommen habe? Ja? Nee? Was ist braun? Alles Erde. Genau, ihr versteht, was ich meine. All das wird nicht mehr sein, sondern alles Himmel. Das ist, warum ich blau genommen habe. Das gehört, das wird sein. Beim zweiten Kommen Jesu, richtet das Alte, vernichtet das Alte und das Zeitalter der Ewigkeit wird unerfährlich weitergehen und nicht aufhören. Jetzt, ich habe dieses Schaubild bei der Jugend schon mal gemacht, ein bisschen in anderer Form. Jetzt aber, was ich euch zeigen möchte, zum Verständnis von den letzten Tagen und dem Tag. Schaut mal, jetzt gibt es oder zwischen diesen beiden Dingen, ich habe es mit diesem roten Punkt, könnt ihr sehen? Das ist der Zeitraum, von dem die Bibel sagt, das ist das Ende der Zeitalter. Dieser Zeitraum, diese Spanne sind die letzten Tage. dieser Zeitraum sind, ist, was habe ich, die letzte Zeit, die letzte Stunde. Welche Begrifflichkeiten wir auch nehmen, das beschreibt diese letzte Zeit. So, diese letzte Zeit geht schon knapp 2000 Jahre. Aber vom Verhältnis her bei mir passt, egal. Entschuldigung, ja. Das ist aber nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist so, als die Zeit erfüllt war, kam Jesus und mit dem Kommen Jesu bricht die letzte Zeit, das Letzte, was Gott tun wird, um es zu vollenden. Das Letzte, was geschehen muss, um es zu vollenden. Die letzten Tage haben begonnen. Das ist die Zielgerade. Mit dem Kommen Jesu, seiner Auferstehung und der Himmelfahrt sind wir auf die Zielgerade der Endgeschichte der Menschheit abgebogen. Ist das herrlich? Das ist was, was wir verstehen müssen, wenn die Bibel also von einem Zeitraum in den letzten Tagen redet, dann redet sie davon. Und jetzt möchte ich euch nochmal so sagen, wie ich es glaube. Wenn Petrus sagte und Johannes und Paulus, alle, Paulus im Kapitel 13 im Römerbrief, Petrus hier, Johannes im ersten Johannesbrief, wenn sie sagen, wir leben schon in den letzten Tagen und sie da eingebogen sind, was glaubt ihr, wo wir heute sind? Viele Kilometer sind es nicht mehr auf dieser Zielgerade. Und wenn sie schon sagen, wenn wirklich Paulus sagt, Freunde, es ist nicht mehr weit. Das ist für mich eins meiner Hoffnungen. Dann kann, sorry Paulus, aber ich bin viel näher wie du. Ich glaube mir, Paulus wollte auch die Entrückung erleben. Hat in Thessalonicher geschrieben, wenn wir, die wir übrig bleiben, vielleicht könnt ihr es packen. Ich habe eine Hoffnung. Vielleicht könnte ich es packen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Herr weiß es. Gott sei Dank weiß er es. So, das ist wichtig. Jetzt noch eine Sache. Und zwar folgendes. Wenn es darum geht, oder andersrum, das, was ich, dieser letzte Strich da, das zweite Kommen Jesu, das ist der letzte Tag. Wenn die Bibel vom letzten Tag redet, dann redet sie von dem Kommen Jesu. Und das müssen wir unterscheiden. Die letzten Tage und dem letzten Tag. Und dieser letzte Tag ist die Ankunft Jesu, die Offenbarung seiner Erscheinung. Es ist das Tag des Herrn. Es ist das, was die Bibel von seinem Kommen redet. Und übrigens dann nicht in wiederum verschiedenen mehrmaligen Stufen, geheim, nicht geheim und was weiß ich. Das wird sehr klar sein. Das ist der letzte Tag, wenn Jesus kommt. Und das müssen wir verstehen, weil wenn wir dann in uns diese Stellen einschauen, dann müssen wir das einordnen, wo was beschreibt, wo beschreibt es was. Können wir folgen. Okay. Dieses Schaubild in gewisser Weise ist, was manche Theologen von schon jetzt und noch nicht reden. ein theologisches Prinzip von schon jetzt und noch nicht. Das heißt, wir erleben geistliche Wahrheiten jetzt schon, aber wir merken, das ist doch nicht alles. Und wir wissen, okay, es ist noch nicht alles. Es kommt noch weit, weit, weit mehr. Und wir, für mich ist es wichtig, auch für uns als Gemeinde, dass wir verstehen, dass wir auch einordnen, warum wir in diese Kämpfe verstrickt werden. und wir können nicht sagen, Jesus regiert nicht. Ja, aber guck mal, guck mal, was in der Welt passiert. Können wir nicht sagen, Jesus regiert nicht. Wo ist das Reich? Wenn wir das nicht verstanden haben, dann können wir es sagen. Aber wenn wir es verstanden haben, dann können wir es einordnen. Können wir es verstehen und einordnen. Ich habe noch vier Minuten und fast zu schade, um jetzt das anzufangen, was wir eigentlich machen müssen. Aber ich sage euch mal, was kommt, okay? So, nehme ich euch schon ein bisschen mit hinein. Paul, du kannst es wegmachen. Dann denkt es nicht. Ich danke dir vom Herzen für deine gute Arbeit. So, das Schaubildchen habe ich gemacht. So. Also, was muss noch passieren? Was muss passieren, bis der eine Tag kommt? Nicht in den Ende der Tage. Weil wir leben schon lange darin. Sondern was muss passieren, bis der eine Tag kommt und die Erscheinung Jesu kommt? Muss überhaupt noch was passieren oder muss nichts passieren? Normalerweise möchte ich euch, oder ich will euch sagen, was für allgemein geglaubt, gelehrt wird und da will ich diesen Dingen mit euch nachgehen, prüfen, bestätigen oder eben widerrufen, je nachdem. Das Erste, was wir uns anschauen müssen ab nächsten Mittwoch, ich verspreche es, keine große Einleitung, sofort weiter geht es. Das Erste, was wir dann machen ist, was muss noch vorher passieren und die Bibel sagt, es muss tatsächlich was passieren. Darf ich euch das kurz vorlesen? Zweiter Thessalonicher. Zweiter Thessalonicher. Kapitel 2. Den Kontext nehme ich euch das nächste Mal hinein. Ich lese Vers 3. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag, und jetzt wisst ihr, von welchem Tag hier die Rede ist, von welchem Tag hier ist die Rede, denn dieser Tag kommt nicht, es seiden, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit oder andere Übersetzung der Mensch der Sünde offenbart wird, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und so weiter. Also, muss was passieren von dem Tag? Was sagt die Schrift? Definitiv, richtig? Der Tag kommt nicht. Ihr Thessalonicher braucht nicht durcheinander sein, weil die haben Angst gehabt, oh, das ist schon passiert. Wir haben es nicht mitbekommen. Heimlich passiert. Die wurden da durcheinander gebracht und Paulus sagt, hey, beruhigt euch. Es muss was passieren, bevor der Tag kommt. Und zwar der Abfall und der Antichrist. Und jetzt fragt sich er, wieso sagt er, dass aber jederzeit kommen kann, Jesus? Ich sage euch, weil das schon längst passiert ist. Das will ich euch zeigen. Unsere Generation von Christenheit wartet auf einen Herrn Bösewicht. Einen Herrn Schlimmerfinger. Irgendein Politiker, irgendein, weiß was ich, ich möchte Spekulationen nicht fördern. Und warten, bis einer kommt und ganz schlimme Dinge tut und ganz schlimme Dinge mit uns tut und am besten sind wir nicht da, wenn er kommt. Weil am besten sind wir vorher schon entdrückt. Nur nebenbei, nur nebenbei, alle Vorentrückungstheorie ist hier über den Haufen geworfen. Weil wenn, wenn das diese Antichristung ist, nach dieser Theorie, ich sage es bewusst mal so, Paulus sagt, an die Thessalonicher, der Tag kommt nicht, Jesus kommt nicht und wird uns entdrücken. Bevor, was muss vorher passieren? Abfall und der Antichrist beziehungsweise der Sohn des Verderbens muss erscheinen. Und nicht, erst die Gemeinde weg, dann muss der Sohn des Verderbens erscheinen. Passt nicht. Das ist, das kann mit der Schrift nicht, das stimmt mit der Schrift nicht überein. Jetzt möchte ich euch in der nächsten Bibelstunde sagen, warum ich glaube, dass das schon aber passiert ist. Und ich euch Hoffnung statt Angst mache. So, keine Angstmacherei, im Gegenteil, eine lebendige Hoffnung. Also, das ist das Erste. Was muss passieren? Abfall und der sogenannte Mensch der Sünde oder Sohn des Verderbens muss offenbart werden. So, ist das passiert, ist das nicht passiert? Da möchte ich mit euch das anschauen, damit wir Gewissheit haben. Wenn das noch nicht passiert ist, Freunde, dann müssen wir warten, bis das passiert. Dann kann Jesus vorher nicht kommen. Das Zweite ist, die Bibel lehrt, beziehungsweise auch die Brüder lehren uns, die Fülle der Heiden muss vorher eingehen. und ganz Israel muss gerettet werden. Dann wird Christus kommen. Das Zweite. Ihr merkt schon, warum ich befürchte, dass wir das Jahr mit diesem Thema beschäftigt sein werden. Und das ist Römer 11. Und so wird ganz Israel oder da andere Übersetzungen und danach wird Israel gerettet werden. Richtig? So, Römer 11, die Abschnitt, müssen wir uns anschauen. Was sagt die Schrift? Muss vorher ganz Israel gerettet werden und muss dann, was bedeutet die Fülle der Heiden? Oder andere sagen, der letzte Heide, wenn er eingegangen ist. Was ist damit gemeint? Müssen wir uns anschauen. Ist er schon eingegangen? Noch nicht? Ich glaube noch nicht. Aber so, was ist damit gemeint? Das müssen wir uns anschauen und noch eine Sache und die wird uns auch ein bisschen Zeit kosten. Und zwar müssen wir uns anschauen. Jesus sagte nämlich in seiner Ölberg-Predigt, in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, 25, Markus 13, Lukas 21, in allen drei sagt er, dass bestimmte Dinge kommen müssen, bevor er kommt. Die Jünger sagen, was sind die Zeichen deiner Ankunft? Und Jesus gibt in eine Menge und er sagt, was alles passieren muss, bevor er kommt. Und das müssen wir uns anschauen, ob das noch passieren muss oder ob das auch schon alles passiert ist. Ihr habt mich schon geoutet. Ich möchte euch zeigen, dass eigentlich, was die Schrift da lehrt und was Jesus lehrt, dass das eigentlich schön passiert ist. Und dass wir darum jederzeit Jesus erwarten können, bis auf eine Sache, die ist noch nicht passiert, definitiv nicht. Denn wenn sie passiert ist, wird die Generation es noch erleben. Und mit dieser Spannung entlasse ich euch. Damit ihr nächstes Mal kommt. Weil ich habe die Befürchtung, dass der Atem ausgeht. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich will dich noch einmal bitten, Herr, dass unser Motiv nicht reine Neugier ist. Das ist mehr als Neugier. Dass unser Motiv nicht ein Ansammeln von Erkenntnis und Verständnis, das nur aufbläht, sondern dass unser Motiv wirklich ein tiefer Sehnsucht deiner Wiederkunft und eine Wachsamkeit der Naherwartung her. Dass wir wachsam sind in dieser Welt und rechts und links schauen und prüfen und erkennen, wie an den Bäumen, dass du Sommer nahe bist. Sodass wir an den Dingen, die uns und deinem Wort offenbart hast, dass wir erkennen, dass du nahe bist. Und so sagen können, Herr, komme bald und uns freuen dürfen. Und dass die Sorgen dieser Welt und die Last dieser Welt und die Vergänglichkeit dieser Welt und alles, was uns hier so plagt und uns so niederdrückt, verzweifeln lässt, leiden lässt, dass das alles bald vorbei ist. Und so wie Petrus die Gemeinde damals schon ausgerichtet hat und gesagt hat, es lohnt sich, denn es ist bald vorbei, das Ende ist vor der Tür. So umso mehr, umso mehr wollen wir mit dieser Haltung unsere Leiden und unsere Beschwerden und unseren Mangel aushalten, weil wir wissen, es ist bald vorbei und uns auf das Einliche ausrichten und uns nicht so schnell verstricken lassen in die Gesinnung dieser Welt, in das Leben in dieser Welt, ob es Essen, Trinken, Sorgen, Finanzen, was auch immer, das soll nicht unsere Sorge sein, sondern wir wollen wachsam sein und das bitte ich dich, durch deinen Geist, wecke in uns diese Haltung, wecke das in uns, Herr, dass wir, wenn du kommst, unsere Häupte erheben und auf dich warten und dich willkommen heißen mit freudigem Herzen, weil wir dich lieben und deine Erscheinung liebgewonnen haben. Ich bitte dich, Herr, um dieses Wunder durch deinen Geist. Ich weiß, dass das nicht mit dem Verstand zu erfassen ist, aber dein Geist kann es doch in unseren Herzen wirken. Jesus, ich bitte es in deinem Namen. Amen. So entlasse ich euch bis zur nächsten Bibelstunde. Gott segne euch. Gott segne euch.